Salve zusammen! Orientierungslos, das ist wohl das Wort, was man zu dieser Woche sagen kann. Wir haben den 26. Februar, es ist 17.22 Uhr. Der DAX rechnet noch, aber ist auch gleich fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine nennenswerte Veränderung kommt. Vor euch liegt der Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Jetzt wird jeder von euch ein bisschen einen anderen Chart haben. Manche rechnen den dann von, was weiß ich, nachts um zwei oder von acht oder von neun oder was auch immer. Ja, ich habe ihn so gezogen. Der hier ist von 8 Uhr morgens bis 17.30 Uhr. Ich habe ihn so gezogen, mal über die Lunden. Wie gesagt, Wochenchart, da sind wir ganz knapp dran. Zu dieser kleinen dünnen Linie komme ich gleich. Da sind wir ganz knapp an dieser Art aufwärts dran. Bei mir wird es erst wirklich kriseliger, wenn wir hier unter diesen Punkt hier gehen. Das ist diese Wochenkerze, 13.312. Aber was mir gar nicht gefällt, das hier dreht jetzt auch über die traditionelle Sichtweise. Wir sind hier auf der Nulllinie, deswegen fehlt hier so ein Ding. Komplett auf der Nulllinie, aber wir gehen jetzt negativ. Ja, lang, alles kurz, kurz, kurz. Und dieses frische Stabilisierungsniveau, was wir hier hatten über den Oszillator, das kippt auch schon wieder runter. Mag ich nicht. Kleidende Durchschnitt sind auch in Ordnung. Jetzt gehen wir mal auf den Tag, mal schauen, ob es da ein bisschen deutlicher wird. Dazu nehme ich diese Linie hier mal raus, dass die euch nicht stört. Das ist der Tag. Normalerweise, die Leute, die das häufiger hören, die wissen, dass ich sage, aus dem Band raus, ins Band rein. Nein, ja. Aber tatsächlich sind solche Kerzen hier, solche Hämmer, die sind da wesentlich besser als, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Keine Ahnung. Diese Kerze auf jeden Fall. Aber wir sind momentan wieder im inneren Band, im unteren Band. Die Bänder gehen zusammen. Das liegt daran, dass eigentlich die Oszillierung des Marktes relativ gering ist. Ja, auch wenn das damals ja 200, 250 Punkte in einem Tag sind, aber sie sind um die 10- und 20-Tage-Linie rum. Die brechen jetzt hier auch runter. Auch nicht so schön. In der Zwischenzeit steigt heimlich, stünn und leise die 200-Tage-Linie an, auf jetzt schon 12.981. Wir sind ebenfalls negativ im MACD. Das ist nicht gravierend, also, aber wir sind negativ. Bumm, aus. Der Oszillator ist in der Mitte seiner Bandbreite. Also von hier aus kann ich gar nichts sagen, deswegen sage ich orientierungslos. Aber je länger das dauert, bis er dieses Dreifach-Top hier rausnimmt, desto schlechter ist es. Was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir hier eben diese so 13.306 rum, dass wir die unterbieten mit Schlusskurs. Jetzt nochmal zu dieser Linie hier. Das ist das Gap vom 1.1. Entschuldigung, vom 1.2. Da sind wir bei 13.622, war der Xetra-Schluss. Das ist die letzte Auffang-Boje. Wir haben jetzt hier die 13.830 unterboten. Wir waren auch heute hier unter der 13.700, aber der hat es dann immer wieder gefangen. Und das war ja auch eine schnelle Bewegung. Aber tatsächlich, wenn ich das hier so sehe, dann muss ich erst mal die Finger weghalten. Ich muss in Einzelwerte gehen, aber der Index selbst, der gibt mir kein Signal. Gar nichts. Ich habe euch trotzdem mal folgenden Schein mitgebracht. Und zwar liegt der hier unten drunter. Das ist dieser hier, ein 13.282er. Das ist ein 26er Hebel mit der Kennenummer GF8ZHP. Zeppelin Heinrich Paula. Das ist der nächste, den ich momentan nehmen würde. Aber nur, wenn wir zum Beispiel das Hoch von gestern, die 14.048, rausnehmen. Mit Schlusskurs. Oder wenigstens eine 1-Stunden-Kerze. Vorher nicht. Beim Putt ist es nach wie vor ein bisschen einfacher. Der muss hier hinterliegen. Hinter diesem Dreifachtop. Bei rund 14.160. Da kann ich den hier auch nehmen. Ne, warte mal, den nehme ich nicht, weil das ist nämlich ein zeitlich limitierter Schein. Ich nehme den hier. 14.342. Haben wir also schon ordentlich Platz. Das ist trotzdem 26er Hebel. Und das ist die Kennenummer GH09C. Sarrichard. GH09CR. Mir fällt hier momentan nicht wirklich was ein. Deswegen schließe ich es mit orientierungslos. Das ist eigentlich so die Headline. Ich wünsche euch trotzdem ein Happy Trailing und fette Beute. Bye, bye. Hoch die Hände. Wochenende.